Herzlich willkommen hier zum Publish Industry Technik Talk, Herr Goebbels. Einfach effizienter automatisieren. Mit diesem Motto tritt OMRON auch im Bereich Safety an. Was erwartet denn die Messebesucher hier? Unsere Messebesucher erwartet die Integration der Sicherheitstechnik in die bereits eingeführte Automatisierungsplattform Sysmag. Auf welche Trends reagieren Sie mit der Einführung des Produktes? Mit dem neuen System NX Safety reagieren wir auf den Trend, dass immer mehr softwarebasierende Sicherheitsanwendungen in dem Markt verlangt werden. Wie differenzieren Sie sich von marktüblichen Angeboten? Erstens differenzieren wir uns dadurch, dass wir eine vollständige Integration der Sicherheitstechnik in die Automatisierungsplattform erreichen und zweitens bieten wir die komplette Sicherheitskette, das heißt Sicherheitssensorik, Steuerung und sichere Aktorik an. Vielen Dank für Ihren Besuch hier bei der Roten Couch Express.